Ganz einzig geschafft, viele Foten. Ja, wir sind heute Morgen 2.30 Uhr hier angekommen. Kannst du dich sehen lassen, der Strand hier. Ja, sehr schön. Okay, Leute, das kam alles jetzt. Ja, wir haben es halt mal wieder geschafft, unseren Viertelurlaub irgendwie auf den Kopf zu stellen. Ja, wir sind heute Morgen. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020